In diesem Video geht es um die Früherkennung bei einem Schlaganfall, denn sie ist besonders wichtig bei diesem Krankheitsbild, weil sie über das Ausmaß des Schadens mit entscheidet. Also schnell handeln ist wirklich gefragt. Deswegen beginnen wir auch gleich und zwar geht es zunächst um mögliche Sehstörungen, um mögliche Sprachstörungen, die typisch sind. Des Weiteren können starke, also massive Kopfschmerzen auftreten, die möglicherweise mit einem Schwindel- oder Benommenheitsgefühl einhergehen. Und eine Gangunsicherheit ist auch nicht selten. Das heißt, dass der oder die Betroffene nicht mehr sicher auf den eigenen Beinen stehen kann. Des Weiteren kommt es häufig zu Lähmungserscheinungen, sodass zum Beispiel der gesamte Arm schlaff herunterfällt. Das wäre auch ein absolutes Warnzeichen. Was du dir jetzt merken kannst, ist der folgende Merkspruch, beziehungsweise das Merkwort, nämlich Fast, also Englisch für schnell. Das F steht dabei für Face. Das heißt, du sollst den Betroffenen oder die Betroffene einmal darum bitten, zu lächeln. Wenn dieses nicht mehr möglich ist, dann ist das bereits ein Zeichen dafür, dass möglicherweise ein Schlaganfall vorliegt. Das A steht für Arms, also Arme. Du sollst den oder die Betroffene bitten, die Arme gestreckt auszubereiten mit den Handflächen Richtung Decke. Und einfach mal schauen, ob das noch möglich ist. Falls das nicht der Fall ist, dann ist das auch ein verhärtetes Zeichen für einen möglichen Schlaganfall. Das S steht für Speech, also für Sprechen, sage ich mal. Das heißt, du bittest den oder die Betroffene darum, einen einfachen Satz nachzusprechen, den du vorgibst. Und der letzte Punkt ist das T, nämlich für Time, also Zeit. Wie ich eben schon gesagt habe, kommt es auf Schnelligkeit an, dass man schnell handelt. Das heißt, wenn die Befürchtung besteht, dass ein Schlaganfall gerade bei dem oder der Betroffenen vorliegt, dann sofort die 112 rufen, den Notarzt informieren und am Telefon versuchen, auch wenn die Situation eine schwierige ist, besonnen zu bleiben, ruhig zu bleiben. Denn ihr bekommt die Fragen am Telefon gestellt. Ihr müsst nicht drauf losplappern, auch wenn man dazu neigt, sondern ihr bekommt alles gefragt am Telefon, denn da begegnet euch geschultes Medizinpersonal. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr schon auf einem guten Weg und habt wirklich schon Großartiges geleistet. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video einen guten Überblick geben konnte und dass du dich vielleicht an diese Worte in so einem Fall zurückerinnerst und sie dir dabei helfen, richtig zu helfen und richtig zu handeln. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Video.